Oh! Hinter uns, Benji! Schwer's? Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senzel. So waren wir wieder hier. Heute leider kein spaßiges Filmchen für euch. Die Idee habe ich schon, dazu brauche ich aber einen Kameramann und besser gesagt meine Kamerafrau, und die ist leider nicht zu Hause. Dafür habe ich drei Rates für euch, wild zusammengeschnitten, allesamt auf Interchange mit Gorki, Beutel, Benji, Klaus, alles wild durcheinander. Ich hoffe, es gefällt euch. Falls ja, lasst mir gerne einen Like da. Ansonsten ein Abo wäre nett, würde mich riesig freuen. Bis dahin, tschüssi, euer Senzlis. Und dann habe ich keine mehr gefunden. Dann habe ich mir die hergestellt, fest abgegeben. Okay. Und dann habe ich sie wieder gefunden. Okay, also wir müssen das Gafs killen. Ja. Also ich brauche auf jeden Fall Gafs. Ich muss die Läden noch ablaufen, aber habe ich auch keine Bock dazu. Hier könnte uns jetzt schon jemand entgegen kommen. Wo wollt ihr rein eigentlich? Keine Ahnung. Guten Abend. Hi Benji. Abend. Ein Bruchteil einer Sekunde zu spät. Da seid ihr auf Interchange auch schon raus. Ja. Gerade rein. Erstmal Spiel starten. Wollen wir hier Ikea rein rein oder ist das lebensmüde Korki? Ikea rein, ja. Also wegen Scaps jetzt oder was? Oder gehen wir in den Keller, ha? Ich würde einfach sagen in den Kiefgarage durch. Da findest du eigentlich noch, wo man viel hoch geht, kannst du immer noch. Selbst drinne? Ja, ich habe irgendwas gehört, genau. Ja, hinten rechts. Der hat kassiert, der hat kassiert. Ich gehe hinten rum, ich gehe hinten rum. Ich komme. Ja. Ich bin hinter euch noch. Ich gehe vorne rein. Seid ihr schon drinne? Ich gehe hoch, ja, ich bin oben. Nein, nein, ich bin hinterm Gebäude, hinterm Gebäude. Ich bin drinnen, Treppe oben, drinnen. Okay. Klaus, ich bin jetzt bei den Travers. Ich komme rein hier, Garage. Ja, ich bin da hinterm Haus. Alter, da hat man was nicht geschossen. Das ist der Typ wahrscheinlich, ja? Hab einen, Minus. Ja. Es schießt einer hinter mir. Ich komme rein, Korki. Ich bin unten, ich bin unter dir. Ja? Okay, okay, okay. Ich komme hinten in die Büros rein. Ja. Weißt du, von wo der geschossen hat? Von Richtung Idea hinten. Ja. Hä, aber von wo hat er geschossen? Vielleicht vom Parkplatz, weißt du? Es kann auch sein, dass er da hinten schaut, dass er schon hinten auf dem Parkplatz ist. Parkplatz, wo ist denn der Parkplatz? Da gleich, wenn du hier rausgehst, Richtung Parkplatz halt, sozusagen. Da steht auch der LKW. Bei der LKW? Mhm. Von dort? Echt, von dort kamen die Schüsse? Aus der Richtung kamen die, ja. Ah, aus der Richtung, okay. Ja, da kommt einer, da kommt einer. Hast du ihn? Ja, jetzt ist er tot. Sehr gut. Das war aber ein Scaff. Gut. Aber der kam genau aus der Richtung. Okay. Dann denke ich mal, wird er das gewesen sein. Ja, ich guck mal das Ganze mal an. Ich guck mir mal den auf der Treppe an, den ich erschossen hab. Ja, der war ein Spieler hier, ne? Das war ein Spieler. Ah, okay. 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 Okay, okay, okay. Also, falls hier noch jemand ne Ketter braucht von dem. Ja, von dem. Oh, ne. Ist da Magazine mit dabei, oder? Äh, warte. Also, vielleicht im Rucksack? Ne. Oh, ich hab nen Step gehört. Oder war das Scheiße? Nein. Wir waren keine Scaffs. Ne, wir waren leider keine Scaffs. Dann würde ich jetzt oben IDEA mich reinschleichten. Weißt du, hinten in das IDEA Büro, da laufen ja auch immer mehr Scaffs rum. Ja. Dann machen wir das. Klaus, wo bist du? Im Fördnerhäuschen. Äh, da läuft noch, da kommt ein Spieler auf uns zu. Von... Von dem Truck. Auf der verlängerten... Von uns? Vom Emmercom? Der ist an dem roten Container. Oben oder unten? Unten. Auf der langen Straße. Richtung diesem Fuel Truck. Ja. Der ist an dem roten Container. Hier rennt was an der Rampe. Oben. An der Rampe oben. Ja, da kommt einer. Da ist einer. Okay, ich schieße gleich. Ist tot. Ist tot. Dito. Warst du auch? Hm. Du bist tot? Nein, ich habe gleichzeitig geschossen. Achst du. Och. Und liegt der dort am Container? Nö, nichts gesehen. Was? Nö. Ah, den Blutweg hast du gesehen? Ich sehe einen Blutweg am Container. Da drüben auf der anderen Seite. Ne, an dem Baum. Da ist ein Baum noch bei dir. Der ist wahrscheinlich noch ein bisschen weiter hinten. Linke Seite. Da kommt ein großer Baum. Du hast keinen Blutweg dran. Du hast keinen Blutweg dran. Okay. Hm. So, ich geh mal eben die Rampe hoch, ne? Ja. Okay. Ja, ja, ja. Mach, 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 mach. Ich renne mal kurz mit zum Matze hin. Ach, doch. Hier liegt einer. Hier liegt einer. Braucht keinen Blutweg am Baum, Alter. Okay, krass. Der Sks hat eine gute Weste. Kannst du alles holen. Na ja, gucken wir mal. Äh, hinterm... Oh! Oh! Hinterm Gebäude. Hier ist irgendwo ein Scaff. Was? Wo bist du, Rory? Nicht, dass ich dich aufknall. Ich bin im Gebäude. Du kannst mich nicht sehen. Okay. Ah, der schießt von hinten am Gebäude, ne? Ja, der, ja. Ach so. Der ist hinterm Gebäude an diesem Öltank. Ja. Der ist hinterm Gebäude an diesem Öltank. Der ist hinterm Gebäude an diesem Öltank. Der ist hinterm Gebäude an diesem Öltank. Sicher, dass das Scaf Spieler ist? Ja, ich mein wohl Wo ist er hier? Wo ist er hier? Oh, wer schießt dort rechts? Ich, ich hab den Scaf erschossen, der hockt hier Okay, 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 ich renne oben Okay, ich hörs Ich guck jetzt, ich geh auf die Rückseite und guck Richtung Öltank hinter Ich bin mal am Auto hinten Ja Also ich seh hier keinen Scaf Spieler mehr Ich seh dich am Auto Ah, warte mal, da hinten Ist das ein Toter, der dort liegt? Ne, das ist Müll Ich bin jetzt hinten an der Wand An den Rohren Ja, ich seh dich, ich beobachte dich, du siehst mich links von dir Ja, ich seh dich am Fenster Warte Matze, ich komm mit raus Für einen Notfall Mhm Wo? Ne, ich schieße einfach bloß mal sporadisch ins Gebüsch Achso, dann sag sowas wieder an Achso, ja, sorry Hast du den? Ja, der hat den hier im Busch Ah, okay Weiß aber nicht, aber Oh, der hat eine Usanga, die brauche ich sogar noch Ah, ich brauche auch einer Wir können doch hinten das Auto nehmen Achso Das ist doch da Der Truck ist doch der SUV Stimmt Ist doch vorbeigefahren Habe ich noch Kohl Ist vorbeigefahren Ist vorbeigelaufen Klaus, kommst du? Kommst du zum Exit hinter? Power-Stay? Ja, ja, ich hab aber kein Geld mehr, ne? Ja, dann geb ich dir was Ja, dann geb ich dir was Mal ein Stückchen vor Vielleicht tummelt sich einer am Eingang vorne Oh Mitten? Also von rechts? Ja Das sehen? Spieler Ja Zwei Wo, Benji? Äh, bei dem Container, bei den Räuten Hallo Nebst du noch? Ja Meine scheiß Das AK schießt extrem Extrem hart Haben sie nicht aufzustehen Leg dich doch mal hin, du Vollidun Oh, Manni Ich könnte mich Ich habe Sinn, ich bin tot Der stand da wie ein Ölkötze Ölkötze Ich bin tot So Mh Mh Wollen wir zum Scafcam hinter werden? Ja Kriegst du, wenn dein Kill bist? Mh Obwohl, wir könnten von hier aus direkt zum Oli rein, äh, in den Techno laden Ne, da warst du auf den Kill Na, aber ob der Scaf schon da ist, ist die Frage Das ist die Frage Na los, dann gehen wir ins Oli Komm schnell, Oli Bei einem Oli oben sind doch auch ganz ganz viele Scaf's immer an den Kassen Achso Naja, weißt du doch Mit blanken Läpsel Ja, das stimmt, du hast da recht Ja, das stimmt, du hast da recht Ich bin vermerkt, der Leiser da drinnen Im Kassenbereich Du brauchst nur mal noch einen Benji Ich brauche noch einen Gress in der Leiser, ja Oh Oh Links, 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 den Spieler Ich dachte rechts Ich dachte auch rechts Ich dachte auch rechts Ist doch rechts, Beutel Oh Mann, 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 Mann Jesus, ja, ja Ich hab's, ich hab's Super, super Super, super, Matze Danke Ja, aber links ist ein Spieler Ich klippe schnell nach Warte, warum hast du mich getroffen Im Techno Ich hab dich getroffen Weil ich glaube, ja Du bist mir vor der Knarre gesprungen Oder so War lustig Heile dich Okay, ich geh mal vor, Leute Also im Techno ist definitiv ein Spieler Da hinten quick noch ein Scaf Ja, da ist er Ja, da ist er Der ist hinter die Rolltreppe Okay Ich hab mal getroffen Verleten, verleten, verleten Scaf Ich schau mal den Spieler Ich weiß nicht, ob das ein Scaf war Da ist einer am Techno Der bin ich Im Techno bin ich Achso, okay Wie gesagt, der Spieler ist hier hinten irgendwo Ich hol mir den jetzt Ich komm auch rum, Beutel Ich bin an der Rolltreppe dann Ich komm von links Der ist weg Der ist weg Bist du das? Ja Okay Der hat hier geguckt Wo ist der Wechser? Wo ist der Wechser? Der ist abgehauen Hm Was für Glühbirn brauchst du? Normale Motor liegt noch hier auf der Kasse Beutel Was? An der Kasse liegt der Motor Ich seh ihn nicht An der Kasse Beim Techno Du bist dann schon an der Kasse Wo ist denn die Scheiß Kasse? Na hier ist alle an der Kasse Hier ist die Kasse Achso Hier ist der Popo Hier oben steht er Tetris hab ich Oh ja, hier unten Oh ja, hier unten Wollen wir da wirklich runter rennen? Ja Na ja Ich glaub die Schüsse sind links Wir sollten eher rechts Ey die waren rechts, Alter Ausm Oli Wer erzählst denn? Recht Ja Hier wurde geschossen Von rechts Was? Von rechts? Ne, ich renne ja rechts Ich renne aber rechts Heute wurde das grad von rechts beschossen Ich hab doch die Einstiege gesehen Ich auch Ich renne doch hier grad hinter Ich bin hinten Ja, aber du wurdest von rechts beschossen Beutel Wenn ich jetzt auf den Gang gucke Bist du von rechts beschossen worden Mhm Aus dem Kassenbereich von Oli Okay Ich kann gerne das Video nochmal aufnehmen Ne, alles gut Benji Ich glaub dir ja Ich such bloß den Der auf mich geschossen hat Ich bin jetzt im Oli hinten drin, na? Und guck jetzt auf die Kassen Hier kommt Was heißt hinten drin? Ähm Hinten bei dem Ja Da ist ein Ding drin Ey, wo ist denn das? Jetzt hab ich's von links gehört Ja, ist links, ja Hallo, es kommt hinten Gut Ich sehe jetzt dieses kleine Informationshäuschen Ja, da bin ich Da steh ich oben auf dem Regal Hört er mich laufen? Ja, ich hör dich Ja, ich hör dich Matze, äh hier kannst Ich bin im Nachbargang Hier kannst du noch einen Computer looten Vielleicht findest du einen Flash Drive Okay, ich komme Da steht der Beule auf dem Regal Wo ist der Geisteranalyzer? Ich wär blöde Liegt noch ein Motor? Falls jemand braucht Ja, ich hab schon eh Hörst du was? Nö Hör mich kurz Hab ich gehört Ja, stritten Von Oh Hinter uns Benji Ach Ich wärs Ich hab ihn Geil Achtung, ich komm jetzt Ich bin hinter ihm Ich bin zu sicher Ich komm jetzt zu euch Wieler oder was? Ja, ein Spieler Ja, ein Spieler Leve 26 Mit PPSH Mit Trommelmagazin Geil Geil Benji, lass mal hier noch Großräumig absuchen Nicht, dass hier noch ein zweiter Spieler ist Bier Da Und Da 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 Das Da 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 Bis zum nächsten Mal.